Wir sind in einem Dschungel. Die Sicht ist aus. Zuerst mussten wir uns Holz holen. Weiß ich. Das ist voll leicht. Zuerst hol ich mir Holz, dann baue ich mir eine Holzspitzhacke, dann hol ich mir Steine und dann mache ich mir Steinsachen. Ja, weiß ich. Ja, weiß er schon. Boah, er schlägt richtig. Okay, dann haben wir das jetzt geschafft. Lass die Option, weil sonst kriegen wir ja Schwierigkeiten mit unseren Grafen. Okay. So, und jetzt machen wir uns eine Holzschaufel und eine Holzspitzsacke. Wie lange spielst du? Seit fünf Jahren. Und auch auf dem Netzwerk? Auf der Playstation und früher hatte ich auf dem PC. Wir brauchen zuerst neun Stein für unsere ganzen Werkzeuge außer Nehau. ... ... ... ... Ich suche mir mal ein anderes Biom. Ich suche mir ein anderes Biom, denn ich mag den Dschungel nicht so. Hühnchen. 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 Ein Haus. Hühnchen. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay. Tschüss.